Jetzt seht, bin ich erst mal im Zug Auf dem Weg nach... Äh... Auf dem Weg nach... Äh... Ah, ja, ja, klar, natürlich, Köln Ja, der Dom, wusste gar nicht, ist er genau neben dem Bahnhof ist Aber, ja, das ist er wirklich Es gibt da sogar eine Brücke mit Schlossern dran, ne Die Kölner vielleicht kennen Oder außerhalb von, ganz weit von außerhalb von Köln kennen Und mal gehört haben Oder irgendwo Videos oder sowas in der Art Ich weiß nicht, was das bedeutet, hab's vergessen Aber das hab ich leider nicht gefilmt, aber ich hab's mir angesehen Und... Ein paar Dichter Aber die, was singen wollen Das Gottes Segen singen Die sind übrigens auf der Treppe auf dem Dom Die Menschenruppe da vorne Und ja, das ist halt typisch Kölner Dom Krass Zum ersten Mal, das war's auch schon Weiter, ich hatte ja... Ich bin ja, das war's auch schon